die sind wohl meistens von mich kleinen kinder hat er bisher sicher diesen spiel muss ich sagen so wie youtube fußballer werden wird noch die phase für die typer werden und jetzt fußballer noch mal okay finde ich kann nicht verstehen mal nervig irgendwelche zwölf treten gegen jetzt im stand sind youtuber zu unterstützen jetzt plötzlich fußballer sein leute geht es nicht schuster bleibt bei den leisten wenn du youtube ist machen youtube sind doch jetzt nicht fußballer werden bleibt doch bei dem was die zeit und wird auf euch über zu experimentieren erst wenn das irgendwann und festen türkern ist muss ausprobieren aber hin und her bringt doch einfach nichts und nicht und freunde